Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut. Danke. Sehr gut. Danke. Wie heißt du? Ich heiße Gabriela. Und wo wohnst du Gabriela? Ich wohne in Pitech. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Zirkus. Okay. Wie heißt die Geschichte? Die Geschichte ist, sag dir. Lies bitte schön die Geschichte. Sag die Rate. Sag ist eine Rate. Sag sitzt auf einer Dose. Die Ameisen rennen zur Marmelade. Sag hat einen Pfannen. Sag hat einen Ventilator. Die Ameisen rennen und rennen. Und sag schläf ich. Okay. Wer ist sag? Sag ist eine Rate. Ist eine Rate. Wo sitzt sag? Sag sitzt auf einer Dose. Was machen die Ameisen? Die Ameisen rennen zur Marmelade. Und was macht sag amende? Sag hat eine Pfanne und den Platten. Und er? Sag schläfst. Schläfst.